In diesem Video zu meiner CNC-Version 3.2 möchte ich einen genaueren Blick auf den Fräsmotor werfen. In meinem Besitz befinden sich ein 12-18V 100W Motor... ...ein 48V 400W Motor, der einzig brandneue in meiner Sammlung... ...und schließlich als leistungsstärkstes Exemplar ein 220V 900W Motor. Die Drehzahl ist bei allen Modellen regelbar. Der 100W Motor ist hier an 12V Gleichspannung angeschlossen. Nach dem Einschalten dreht dieser mit der Maximal-Drehzahl. Und wie zu sehen ist die integrierte Drehzahlregelung bei diesem stark gebrauchten Exemplar außer Funktion. Die Maximal-Drehzahl ist mit 15.000 Umdrehungen pro Minute angegeben. Mit dem 400W Motor wurde ein 48V Netzteil geliefert. Die Isolation dieses Netzteils ist allerdings mangelhaft. Die Netzspannung wird an Metallklemmen angeschlossen, die relativ offen liegen. Außerdem ist an dem Gehäuse kein zusätzlicher Befestigungspunkt zur Zugentlastung des Netzkabels vorgesehen. Die 48V Gleichspannung am Ausgang sind zwar nicht lebensgefährlich hoch, aber eine bessere Isolation wäre auch hier von Vorteil. Dem Motor liegt ferner eine Platine bei. Damit kann die Drehzahl entweder per Pulsweitenmodulation von einem Mikrocontroller... ...oder wie hier manuell über ein Potentiometer eingestellt werden. Die Drehzahl reicht dabei von etwa 3000 Umdrehungen pro Minute... ...bis hin zu 12.000 Umdrehungen pro Minute. Letzter Kandidat ist der 900W Motor, der wie der kleine Motor über eine interne Drehzahlregelung verfügt. Die Drehzahl beginnt dabei bei 8000 Umdrehungen pro Minute... ...und reicht bis zu 26.000 Umdrehungen pro Minute. Neben den elektrischen sind die mechanischen Eigenschaften ausschlaggebend für die Qualität eines Fräsmotors. Großen Einfluss hat dabei die ordnungsgemäße Befestigung der Fräsmotoren an der Mechanik einer CNC-Maschine. Hier verwende ich entsprechende Aufnahmen, die üblicherweise den Hals der Motoren umfassen, in dem sich Kugellager befinden. Dem 400W Motor lag eine Aufnahme bei, die das Motorengehäuse umfasst, da am Hals der Maschine keine Befestigungsmöglichkeit besteht. Ein Hauptaugenmerk der mechanischen Eigenschaften liegt auf dem Rundlauf der Motoren. Die Versuchsanordnung verwendet eine Messuhr, auf deren Skala ein Teilstrich 10 Mikrometern entspricht. Gemessen wird an einem 3.175mm Rundstahl, dem Schaft eines 1.5mm Fräsers. Die 3.175mm entsprechen einem Achtel Zoll. Der Messpunkt liegt dabei nahe an dem Spannfutter der jeweiligen Maschine. Der 100W Fräsmotor besitzt zwei Möglichkeiten zum Einspannen des Fräsers. Mit dem 3-Backenfutter lassen sich Werkzeuge mit einem Schaftdurchmesser von 0.5 bis 3.2mm einspannen. Damit erhalten wir eine Abweichung von fast 130 Mikrometern. Möglichkeit 2 besteht in der Verwendung einer Spannzange aus Aluminium. Die Abweichung beträgt damit lediglich 100 Mikrometer. Die Spannzange des 400W Motors ist aus Stahl gefertigt und für 3.175mm Schaftdurchmesser ausgelegt. Es ergibt sich eine Abweichung von 120 Mikrometer. Die Spannzangen müssen für den jeweiligen Schaftdurchmesser ausgelegt sein. Den 3.175mm Schaft in eine Spannzange für 3.0mm Schäfte zu quetschen ist möglich, aber nicht zu empfehlen. In dieser Konfiguration beträgt die Abweichung 190 Mikrometer. Auch der 900W Motor verfügt über eine Einspannvorrichtung mittels Spannzangen. Die Abweichung vom idealen Rundlauf beträgt etwas weniger als 80 Mikrometer. Im Betrieb müssen die Fräsmotoren Seitenlast aufnehmen. Entscheidend ist daher auch, wie stark sich die Mechanik unter Seitenlast biegt. An dem Versuchsaufbau habe ich einen Hebel angebracht, der gegen den Schaft des Fräsers drückt. Als Normgewicht verwende ich einen alten Bleiakku mit einer Masse von 589g. Aufgrund der Hebelwirkung ergibt sich eine Seitenkraft von etwa 19N. Der Angriffspunkt liegt nahe an dem Spannfutter, gegenüber der Messuhr. Für den 100W Motor erhalten wir eine Abweichung um 130 Mikrometer unter Verwendung der Spannzange... ...und fast 200 Mikrometer mit dem Drei-Backen-Futter. Für den 400W Motor ergibt sich eine Auslenkung um 60 Mikrometer. Schließlich erhalten wir für den 900W Motor eine Auslenkung um nur 35 Mikrometer. Als Faustregel gilt... ...je höher die angegebene elektrische Eingangsleistung, umso stabiler die Mechanik. Weiterhin sollte der Hebel zwischen Motorgehäuse und Spannzange möglichst kurz ausfallen. In allen Punkten ist die Konstruktion des 900W Motors den beiden leistungsschwächeren Motoren klar überlegen. Wie sich die Motoren im Praxiseinsatz schlagen, wird in einem folgenden Video gezeigt. Die Ergebnisse findet ihr wie immer auf meiner Projektseite zum Nachlesen. Wenn ihr weitere Forschungsarbeit fördern möchtet, nutzt die dort befindliche Spändenschaltfläche, danke an alle bisherigen Unterstützer. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald! Was passiert? Ist das hier? Wacomlasse? Wacomlasse? Hier geht's bitte. Ich schensche die Kontrare in die Zeit. Damit ich das nicht einmal ausführen. Auf elabor flavored Надо nonsense. 应该 ne ju intuition. Wenn man weiß,ини wieder freiamps geht.